Ich hatte bisher fünf Sebastian-Fitzek-Bücher gelesen und ich fand jedes einzelne davon hammermäßig gut. Aber jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und Sebastian-Fitzek-Fans unter euch, ich kenne ja meine Pappenheimer, müssen heute sehr, sehr stark sein. Aber da wir ja alle groß und erwachsen sind, traue ich mich heute dennoch mal den großen Meister zu kritisieren. Auch wenn ich natürlich zugeben muss, dass der Satz vor dem Intro vielleicht ein bisschen übertrieben oder falsch dargestellt ist. Denn ich habe grundsätzlich schon noch Lust, Sebastian-Fitzek weiterzulesen. Aber um auf das Problem zurückzukommen, was ich eben mit Sebastian-Fitzek habe, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Was ist Sebastian-Fitzek für mich überhaupt? Ich lese tatsächlich schon relativ lange Sebastian-Fitzek-Bücher. Dennoch habe ich erst fünf von ihm gelesen, beziehungsweise mittlerweile sind es siebeneinhalb geworden. Aber das lässt darauf zurückschließen, dass ich sie eben nur sehr selten lese. Und da kommen wir eben darauf zu sprechen, was Sebastian-Fitzek für mich überhaupt ist. Sebastian-Fitzek ist ein Autor, der unglaublich gute Psychothriller schreiben kann. Seine Bücher sind krasse Page-Turner, aber mehr leider auch nicht. Mir fehlt in seinen Büchern so eine gewisse Tiefe. Ich hatte bei keinem seiner Bücher wirklich das Gefühl, dass ich das lese, weil ich die Thematik darin so krass spannend fand, weil die mich auf dem Klappentext so super angesprochen hat oder so. Ich lese sie nicht wegen der unglaublich tiefgreifenden Charaktere. Und schon gleich gar nicht hatte ich jemals das Gefühl, ich müsste eins seiner Bücher nochmal lesen oder zumindest das Hörbuch nochmal hören. Einfach weil jedes einzelne für mich ein kurzfristiges Vergnügen ist. Und letztlich ist dann auch jedes seiner Bücher mehr oder weniger gleich. Und bevor ihr jetzt die Heugabeln rausholt, nein, natürlich sind die Themen unterschiedlich. Aber versteht ihr, was ich meine? Es ist immer das Gleiche. Wir haben eine krasse Situation, die irgendwie aussichtslos scheint. Und dann kommen tausend unerwartete Wendungen und am Ende kommt ein Plottwist, der uns alle aus den Socken haut. Und das ist irgendwie immer wieder das Gleiche. Und dieses Jahr habe ich dann eben einen Fehler gemacht. Ich habe diesen Sommer drei beziehungsweise zweieinhalb seiner Bücher gelesen. Nachdem ich Splitter gelesen habe, wo ich ja noch gesagt habe, dass ich die ungewöhnliche Tiefe am Ende ziemlich gut fand, habe ich dann die Therapie noch ganz gelesen und das Joshua-Profil angefangen bzw. ja, ich glaube 20% ungefähr gelesen und abgebrochen. Einfach weil ich dann irgendwann das Gefühl habe, ey, ja, ich lese gerade das gleiche Buch zum dritten Mal und haut mich bitte nicht. Ja, es sind unterschiedliche Bücher und irgendwie auch bei alle drei spannend. Ich will nicht sagen, dass die Therapie oder gar das Joshua-Profil irgendwie schlechter sind als die anderen Bücher. Aber es wird mir dann irgendwie zu viel. Ich habe dann keine Lust mehr, dieses gleiche Prinzip von aussichtslose Situation und Plottwist, Plottwist, Plottwist zum dritten Mal zu lesen. Das führt für mich jetzt nicht zu der Erkenntnis, dass Sebastian Fitzek ein schlechter Autor ist. Auf keinen Fall. Denn, ja, nochmal zusammengefasst, seine Bücher sind irgendwie immer so mehr oder weniger gleich. So vom Aufbau, von der Struktur. Und ihnen fehlt so ein bisschen, finde ich, die Tiefe, die tiefgründigen Charaktere. Aber das ist halt auch okay, finde ich. Denn diese Bücher bauen halt nicht auf diese Tiefe, sondern auf diese kurzweilige Unterhaltung, die ich dann halt auch super gut finde. Aber die Konsequenz bleibt für mich leider weiterhin, dass ich mit seinen Büchern sehr sparsam umgehen muss. Dass ich nur vielleicht ein Buch pro Jahr lese. Und dann können die mich ja auch gut unterhalten. Denn wenn ich die Bücher zu viel lese, dann könnte es passieren, dass ich des Autors bald überdrüssig werde. Und das möchte ich nun auf keinen Fall riskieren. Ja, liebe Leute, ich hoffe, euer Blutdruck ist jetzt nicht zu hoch gestiegen. Ihr habt es jetzt auch hinter euch gebracht. Ich habe fertig. Und jetzt verlinke ich euch hier noch ein weiteres Video und hier noch eine Playlist mit weiteren Buchvorstellungen. Unter anderem ja auch Sebastian Fitzek Buchvorstellungen, die ich ja bis jetzt alle gut fand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal trotz dieses Videos. Bis dahin. Ciao.